Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, eure Chiara. Mein Opa hat mir was geschenkt. Wie heißt das nochmal, Opa? Das nennt sich Swingwheel mit Lichtrad. Und ich will euch zeigen, wie man das macht. Also noch einmal in langsam. Du drehst einmal mit dem Fuß und dann versuchst du so rüber zu spüren. Ja, du musst weiter zurück, sonst kriegen wir das nicht richtig drauf. Ja, so ist sehr gut. Weiter zurück, Chiara. Also so schnell man möchte. Glocke aktivieren, Kanal abonnieren und Daumen hoch geben. Ja, gib uns noch eine Kostprobe. Ganz schnell noch einmal. Okay. Tschau. Tschüss.